Was ne Animation! Ich werd bekloppt! Uuuuh! Alter! Eine Krabbe! Eine! Ein großer Krebs! Was ist das? Oh! Oh! Wir haben ein neues Bildchen gefunden! Es sieht so aus, als könnte ich eine neue Halskette aus diesen Teilen fertigen. Was? Wenn ich doch nur eine Vorlage hätte! Willst du mich verarschen? Das ist eine ganz pisselige Medaillon, da kann ich einfach die Stücke da reinlegen. Das gibt's da gar nicht. Jetzt muss ich erst mal eine Vorlage suchen. Ich dachte, man kann die Dinger jetzt einfach da reinlegen. Toll. Gibt's... Achso, mehr kann ich da gar nicht machen, oder was? Achso, ich dachte, man kann ja noch irgendwie sowas hier unten zoomen. Ah! In diesem Podest muss etwas gelegen haben, dass die Form von Jones verzauerte Halskette... Das ist die Form von Halskette! Alter, das ist so... Ein Krebs! Eine Krabbe! Das ist Mr. Krabs wahrscheinlich. Die Tür befindet sich unter Wasser. Wie kann ich es ablaufen lassen? Wahrscheinlich, wenn du die Kette hier reinlässt. Würde ich jetzt mal raten und tippen. Aber gut. Kann ich sonst noch was machen? Was hab ich denn hier noch? Achso. Ich glaube, ich muss erst zurück. Ich glaube, ich muss erst die Münzen einführen und... Okay, das klingt falsch, wenn ich das so sage. Und das Porträt weitermachen. Und zwar hier. Da geht'sclose, Papa. Das ist sehr. Ich bin noch mal los. Das ist auf die Treppe. Das ist schon Ganze besonderes. Dann geht's mir hier. Und das ist wahr? Na. zrobić schon. Ich finde, er muss das, was ich nicht verraten. Aber ich werde das, was nicht deserving. Aber ich habe nie versucht, die Zeit, wir verloren. Inter... Entschuldigung. Interessant. Irgendjemand hat den Körper gestohlen. Oh mein Gott. Fäkalien. Hast du gesehen, da liegt jemand auf der Treppe? Lagt der vorher da schon? Ist mir gar nicht aufgefallen. Oder wenn der vorher da schon lag. Äh, wir haben jetzt... Alter, wir haben drei Münzen. Wir können so richtig abrocken bei unserem Kumpel. Wo war denn der nochmal? Ein Schiff, ne? Der kann uns jetzt erstmal ganz schöne, gruselige Schiffs... äh... Geschichten erzählen, der Kollege. Do you have a coin for me? To win Marys heart, Remington revealed the truth of his origin. Turns out, Remington was a poor nobleman who signed a pact with the infernal. Davy Jones. For the price of his soul, Davy made Remington immortal. The all-powerful Remington joined forces with Caribbean pirates and acquired a formidable crew. And now, thanks to Mary, the captain promised to end his pirate career. The star-crossed lovers planned to marry at once with all the sea's pirates in attendance to witness their vows to each other. On the eve of the wedding, a military coalition struck the fortress full of defenseless pirates. The Caribbean Sea turned red with blood, and Skull Island became a place of torment. Remington was sentenced to death before Mary's eyes. The young Countess was broken hearted. The young Countess was broken hearted. Mary endured a childless and unhappy marriage with the old dull soldier. And when her spouse eventually died, Mary now a wealthy widow decided to return to Skull Island. Sieht! Sieht? Mein Schatz! Tschuldigung. Ähm. Kamen jetzt sehr gut gelegen. Noch konnte ich jetzt ein bisschen essen. Ähm. So. So, ja, was, ähm, was machen wir denn nun? Ich glaube, wir suchen uns mal wieder ein neues Wimmelbild. Ich denke mal, es ist mal wieder Zeit, dass wir ein Wimmelbild finden. So, hier ist nichts mehr, hier ist die Statue, ja, hm, hm. Hier ein Wimmelbild oben? Nein, okay, hm, hm, wir gehen wieder zurück. Ist, hier ist, ja, gut, das kriegen wir noch nicht offen, da bin ich sehr gespannt, was wir da finden. Wahrscheinlich wieder eine Münze, mit einer tollen Geschichte. Ist hier nochmal ein Wimmelbild zu finden? Können wir hier was machen? Nein, ich klicke das ganze Bild durch und es passiert nichts. Hier vielleicht irgendwas. Da kann man das rote Tuch flattern lassen, das finde ich sehr schön. Da kann man in die Höhle gucken. Okay, da ist nichts, gut, ähm, was haben wir hier? Das ist nur, okay, Deko. Achso, Landung steckt, da waren wir jetzt schon gewesen. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin etwas überfragt. Ja, ja, die Karte wurde benutzt, ja, ja, Beutezüge zu, äh, durchführen. Wir haben nichts im Inventar, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Wir müssen irgendwie eine Vorlage finden. Ich habe keine Ahnung, wo wir eine Vorlage bitte herbekommen. Ich bin überfragt, ganz ehrlich. Kann ich gehen? Nein, ich will da nicht hingehen. Ich will gehen, das ist, achso. Kann ich denn eine große Krabbe, ein großer Krebs? Gibt es denn irgendwie keinen Weg? Irgendwo muss ich weitergehen? Ja, die verzaubert Halskette. Okay, da können wir nichts machen, da fehlt noch die Urne, ne, genau. Die wir ja noch nicht haben, die werden wir schon mal nicht gleich kriegen. Ähm, hier, was war hier? Hier war noch gerade noch was zum, hallo? War hier nicht gerade noch was zu klicken? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Hm, ich bin ein wenig, hä, achso, Achso, Terrasse. Ah, ja, wir sind auf der, oh, wir sind auf der Sommerterrasse. Hm, hier esse ich mir erst mal ein Stück Kuchen und trinke einen Kaffee. Kämmchen wahrscheinlich. Ähm. Boah, ich habe keinen Plan. Vielleicht nochmal in der Gruff nochmal nachschauen oder so. Ja, hm, hm, ja, die Statue, ja, ganz toll. Vielleicht hier ist noch was. Ist hier, nein, da ist, da haben wir alles abgewimmelt. Da ist alles abgewimmelt gewesen. Ich bin mir gar nicht so sicher, wo wir jetzt, oh mein Gott, die Star, oh mein Gott, die Leiche ist weg. Das Buch haben wir schon gelesen. Hier können wir nichts mehr machen. Da fehlt noch ein Stück Porträt. Ich, äh, bin etwas überfragt, ganz ehrlich. Ja, ja, es sieht aus, äh, bla bla bla. Hier vielleicht, nein. Also, weil es zurück hat uns das Spiel auch noch nie geschickt. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass wir jetzt zurück müssen. Er sitzt immer noch da. An dem Porträt sah man die Kette. Ah, echt? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Du kannst mal sehen. Ja, vielleicht gibt es ja so eine Vorlage beim Porträt. Da können wir mal gucken. Tatsache. Tatsache, du hast ein gutes Auge, Zeus. Kannst mal sehen. Die Halskette der Gräfin. Das ist also das Muster, das sie trug. Das heißt, wir können die Kette jetzt nachbilden. Weil es ging, das ging vorher nicht. Weißt du, das ist, ähm... Naja, wenigstens hat sie sich ein paar Notizen gemacht. Gut, so. Dann gucken wir doch mal. Kann ich jetzt... Ich habe doch eine Vorlage. Wow. Wow. Es ist auch so mega schwer. Äh, ganz ehrlich. Es ist... Ich will jetzt nicht die Fresse zu groß aufreißen. Nachher funktioniert das nicht. Warte mal eben. Nein, das passt so nicht. Da fehlt mir doch die Ecke da oben. Ist es die hier? Nein. Doch, das ist die hier. Nein, falsch rum. Haha. Weil, warum? Wieso? Ich, äh... Warte mal. Ach so. Jetzt schnall ich das erstmal. Ach so. Ach so. Huch. Nein. Ähm. Der Bogen muss ja nach unten. Oh Gott. So, glaube ich, ist das. Ne. Hä? Ist auch falsch. Warte mal. So. Und dann muss da oben... Müssen so, so... Ich glaube, so. Ist das richtig? Und dann... Ist das so? Ja. Oh mein Gott. Zeus' Auge. Wie, Alter? Wie ein Adler. Ja, das stimmt. Wie ein Adler. Ich hab das gar nicht gesehen. So. Das hört sich an wie meine Badewanne. Oh, okay. So, was können wir... Können wir irgendwas machen? Ich... Komm... Oh mein Gott. Was ist das? Alter Knabe! Alter Seesticher! Warte mal eben. Du hast ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, ne? Ach nee. Du bist ja schon tot. Ha 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 ha! So, ähm... Dort auf dem Altar. Komm, die Freunde, rutsch mal nicht verlegen. Ich glaube, das ist meine Tochter. Wer soll es sonst sein? Deine Oma? Ich habe zu sagen, du bist nicht einfach so schnell. Ich bin so nah, um meine Liebe zurück zu Leben. Und ich habe keine Zeit, um dich mit dir zu beurteilen. Du wirst du sagen, sie würde nicht wollen, zu beurteilen? Das ist nonsens. Es ist die einzige Art, dass wir zusammen sein können, nach all diesen Jahren. Wenn du denkst, dass du so smart bist, bring me proof that my bill of it doesn't want to return kannst du behalten will have to summon her ghost you fool ich will eh nicht hier sein kannst du mitnehmen ich hier tschüss so äh i won't believe you until you let me talk to my beloved i won't believe you until you let me talk to my beloved ich glaube wir gehen stark aufs finale zu oh mein gott hallo hallo na wie geht's denn so ich bin's die süße krabbe von nebenan alter goldbarren oh gott da ist ein goldbarren komm fangen wir mal an ey oh gott das ist so oh hallo zepter da ist keine ahnung das war ein dolch das ist hier ist das zepter äh kanne da ist der kanne armband äh oh jetzt erkrämst du es wieder nicht ja hallo so da ist noch ein goldbarren so äh porträtstück ich glaube wir kriegen das porträt stück da das aus wie die mona lisa ohne spaß hallo ähm bernsteinkästchen wo ist denn bernsteinkästchen und krone ist hier ich hasse die tiere armband halskette schwert schwert dürfte eigentlich nicht schwert zu finden ja ne ein schwert halskette da ist das schwert das liegt ja auch links ach guck mal einer an mhm armband ist das das war das armband total klein hier in der ecke einfach irgendwo ähm das schmeckt aber bestimmt lecker ok hallo ähm achso das war die bernsteinkästchen wo ist die halskette brauchen wir noch wo ist die halskette da so du hast ja nützlichen Gliedenschein gefunden ein porträtstück nein weißt du jetzt die eigentliche normalerweise das porträtstück rausnehmen können und dann einfach weggehen aber wäre sie fertig gewesen aber nein muss ja die anderen sachen noch sammeln so ähm sa da wollen wir mal das stimmt aber nicht mit dem bilderbein was ich gesammelt hab jetzt bin ich wieder Liebe ist eternal aber Menschen sind so fragil ich brauche mit Henry bevor er ein Fehler macht zieh mich zu meinem Kapitän aber natürlich ich werde dir helfen ich werde dir helfen wo ist das Feuerzeug pfff so so wir haben das Porträt da stecken wir einfach weißt du so ein Porträt ja das ist so ein keine Ahnung wie groß dieses Porträt ist aber es wird einfach gefaltet und in die Tasche gesteckt und die Frau sitzt jetzt bei uns irgendwie in der Arsch das haben wir so reingesteckt und ja und müffelt jetzt den ganzen Tag wo wir langlaufen erstmal uns in der Hose rum und wir müssen jetzt den Käpt'n sprechen hallo Käpt'n guck mal hier guck wie groß ist das Alter ich will nicht 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 es ist Zeit du hast mich verabschied du bist bleiben bitte Peace.